Das Glas ist halb leer, das gilt für die Aktienmärkte, das gilt aber auch für die FED, wie gestern ein US-Kommentator gesagt hat. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Wir haben zwei Notenbankentscheidungen jetzt gesehen, gestern Abend die FED mit einem sehr dorfischen Impetus. Da waren sechs Mitglieder, die gesagt haben, also wir glauben eher nur noch an eine Zinsanhebung. Das war schon mal das erste. Dann Skepsis gegenüber den Entwicklungen am Arbeitsmarkt, auch wenn man das nicht überbetonen dürfte, wie Janet Yellen gesagt hat. Insgesamt aber doch eher darauf hindeuten, dass es so schnell mit den Zinsanhebungen nichts wird. Aber wenn es nicht zu einem Brexit kommt, dann kann es auch wieder ganz schnell gehen. Juli oder September wären dann die möglichen Termine. Jedenfalls der Dollar war ein bisschen unter Druck. Die Aktienmärkte waren sich nicht so ganz sicher, was sie damit machen sollten, sind aber dann zum späten, zum Handelsende nochmal scharf unter Druck geraten. Und unter Druck ist auch das Stichwort. Die Bank of Japan, die zweite Notenbankentscheidung, die hat auch nicht das gebracht, was die Märkte sich erhofft haben. Die Bank of Japan lässt alles unverändert, obwohl das, was sie zur aktuellen Lage zu sagen hat, alles andere als wirklich erfrischend ist. Man konstatiert, dass die Inflationserwartungen weiterfallen, dass die Exporte nicht gut aussehen, ist also irgendwie ziemlich pessimistisch. Dann stellt sich die Frage, warum macht die Bank of Japan nichts? Das haben zwar die meisten erwartet, dass da nichts passiert, aber die Hoffnung war irgendwie da und das enttäuscht die Märkte. Warum macht sie also nichts Insider sagen, weil sie, wenn sie jetzt etwas tun würde und dann kommt es zum Brexit, diese Maßnahmen gleich wieder praktisch in die Tonne klopfen könnte, so sagen Insider. Deswegen will sie abwarten, wie die Briten sich dann in der nächsten Woche entscheiden und auf der nächsten Sitzung möglicherweise agieren. However, die Märkte in Asien sind darüber wenig begeistert, vor allem nicht die in Tokio. Wir sehen minus 2% der Nikkei, wir sehen Shanghai unverändert, aber Hang Seng minus 1,92% in Australien. Ist man einigermaßen gut gelaut nach ziemlich guten Arbeitsmarktdaten, die die Märkte erfreut haben. Schauen wir uns nochmal die Termine an für heute. Wir haben heute die Verbraucherpreise aus der Eurozone um 11, das gleiche 14,30 aus den USA mit den Erstanträgen und dem Filifed und dem Realeinkommen. Alles interessante Daten, aber nicht so die ganz großen Burner. Aber gestern die Fed, das war sicherlich erstmal ein Highlight. Und es ist der Brexit so oder so, der wohl die Weichen auch für die Notenbanken stellen wird. Alles weitere heute vom Tage zur Fed, zur Bank of Japan finden Sie bei Finanzmarktwelt.de. Jetzt gehen wir rein in die Charts, gucken was sich da abspielt und wir starten mit dem Dollar-Yen. Und hier sehen wir das Desaster, wir sehen absolute Yen-Stärke und Yen-Stärke ist schlecht für die Märkte, daher das große Minus beim Nikkei. Das sieht also nicht wirklich gut aus, das sieht auch nicht wirklich gut aus für die US-Futures. Das werden wir hier gleich mal weitermachen, das ist der Dow Jones auf CFD-Basis und wir sehen, da waren wir gestern so im Tageshoch mit diesem Kerzchen hier doch schon 200 Pünktchen höher. Und sind jetzt eben doch durchaus unter Druck, sind unter dem Verlaufstief, sind unter die Marken der letzten Tage gefallen. Und das dürfte der DAX zu spüren bekommen, wir werden Probleme haben heute die 9500er Marke zu verteidigen. Wir sehen gestern ja schon diesen Rücksetzer auf X-DAX-Basis und es dürfte um und bei schon in diesem Bereich 9,5 losgehen. Und wenn wir da gleich auf X-DAX-Basis eröffnen, dann kann es gleich sogar weiter runter gehen. Das muss also halten, das sollte besser halten für den DAX, sonst wird es wirklich ungemütlich, sonst droht was. Naja, es ist eben ein intakter Abwärtstrend, übergeordnet, untergeordnet und hier die nächste Auffangmarke wäre dann nochmal die 9.450er Zone vielleicht. Die 9.390, 9.400, 9.300, das sind so die nächsten Stationen dieses zugegeben etwas unübersichtlichen Charts. Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an, der ist der robuste, ich hatte gesagt Dollarschwäche auf breiter Front, nicht sehr ausgeprägt, aber eben doch vorhandene Euro, gestern fast an die 1.13 gelaufen, jetzt ein bisschen drunter. Dollar-Yen haben wir schon gesehen, aber, und das ist Gold, das es jetzt geschafft hat die 1300er Marke zu überbieten. Wir haben jetzt hier noch einen Widerstand aus Anfang Mai bei 1304, 1305 etwa. Das sieht nicht schlecht aus für das gelbe Metall, wenn jetzt dieser Sprung über diese Widerstandszone gelingt. Schauen wir uns auch das amerikanische Crude an, das ist mir entschwunden. Deswegen gleich nochmal der Blick zu diesem wirren DAX-Chart, der nach unten gerichtet ist. Und es bedarf jetzt schon einer Hand, die diesen Fall auffängt, denn morgen ist ja der große Verfall. Und je tiefer es geht, umso größer die Notwendigkeit sich abzusichern für viele Player. Absichern heißt, sie werden sich putzt zulegen, das erhöht den Verkaufsdruck. Also es wird heute sicherlich nicht unspannend, Tendenz ist Richtung Süden. Da hat sich übergeordnet nichts geändert. Erholungen sind meistens temporär und laufen schnell aus nach der Enttäuschung Bank of Japan. Und der Ansage der Fed, die die Märkte so ein bisschen verunsichert. Erstmal einen guten Start in den Donnerstag. Bis dahin, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017